Heute verrate ich dir das Geheimnis für 15 Punkte in Deutsch. Willkommen zurück Abitur-Athleten, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traum-Abitur-Schnitt. Und auf dem Weg zu diesem Traum-Abitur-Schnitt ist es natürlich super, super wichtig, dass du eben wirklich auch in allen möglichen Fächern die allerhöchsten Punktzahlen erzielst oder eben Punktzahlen, die deinen Ambitionen entsprechen. Und Deutsch ist da ja wirklich so dieses Fach, wo man so sagt, naja, da kann man nichts lernen, da hat man halt die Note, die man hat, schon seit 4 Jahren habe ich da eine 3, das wird halt nicht besser. Und das ist in meinen Augen einfach Bullshit. Ich hatte selbst in der 11. Klasse noch, in den beiden Klauseln der 11. Klasse hatte ich 6 und 7 Punkte. Okay, ich glaube das ist einmal eine 4 plus und einmal eine 3 minus oder irgendwie so. Also wirklich echt nicht gut und habe dann trotzdem schlussendlich in der Abiturprüfung die 15 Punkte in Deutsch geschrieben. Deswegen glaubt mir, glaubt mir, glaubt mir, es funktioniert. Und wie es funktioniert, erkläre ich dir jetzt. Erstens, ja, du kannst dich verbessern. Ich meine, wer, ich habe keine Ahnung, wer dieses Gerücht verbreitet hat, was sich ja gefühlt hat, seit Jahren, seit Jahrzehnten irgendwie in den deutschen Schulen hält. Und zwar, dass man sich in Deutsch nicht verbessern könnte. Leute, Leute, wo ist die Logik, dass fast jeder sagen würde, ja, beim Rechnen, da kann man schon besser werden, aber beim Schreiben, nee, nee. Oder auch der Vergleich Englisch-Deutsch. Kann es Englisch besser werden? Ja, klar. In Deutsch, nee. What? Wo macht es Sinn? Wo macht es Sinn? Deswegen glaubt mir dann so eine Scheiße nicht. Zweitens, die Bewertung ist nur beschränkt subjektiv. Weil das ist nämlich dann der nächste Bullshit, den ich immer wieder höre. Ja, aber die Lehrer bewerten ja in Deutsch so subjektiv. Ja, natürlich bewerten sie gewissermaßen subjektiv. Das tun sie aber auch in jedem anderen Fach. Und es gibt halt nun mal in Deutsch, es ist halt keine Rechnung, wo du sagst, okay, das Ergebnis ist das Richtige oder Falsche. Oder der Rechenweg war jetzt so mathematisch korrekt oder eben nicht. Sondern es ist mehr wie, wie, wie wenn Singen bewertet wird. Ja, wie so ein Sing-Contest. Jetzt nicht der ist, der ist, der ist, sondern irgendwie was Cooleres. Wenn dann Leute in der Studie sitzen und das bewerten, dann ist das auch subjektiv. Da kann man auch nicht sagen, ah ja, in der Sekunde hat sich einfach die Lippen so richtig bewegt und deswegen funktioniert das physikalisch so und so. Sondern man hört sich das einfach an und wenn das dem entspricht, was man gerne hören würde, dann sagt man halt, hey, das war sehr, sehr gut. Aber soll ich euch was sagen? Doch genau bei solchen Jury-Bewertungen kommen doch trotzdem in der Regel auch, ich meine, klar, deswegen sage ich ja jetzt nicht der ist, der ist okay, weil da kommen auch irgendwelche Idioten weiter. Aber bei so einer professionelleren Sache, da kommen ja dann trotzdem die Leute weiter, die, wo die meisten auch sagen würden, hey, die hat so zu den Besten gehört. Und deswegen, es ist vielleicht nichts, wo man sagen kann, okay, bam, 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 deswegen so und so. Aber es ist trotzdem fair. Okay, es ist trotzdem fair. Und auch wenn du sagst, Leo, aber bei meinem Lehrer ist es wirklich nicht fair. Selbst wenn es nicht fair ist, dann spielt es auch keine Rolle, weil zum einen ist es relativ fair, beziehungsweise subjektiv, aber trotzdem lohnt es sich, sich zu verbessern. Drittens, mach es so, wie es für dich sinnvoll ist. Das ist auch einer der Punkte, der mich dann vor allem ab der 12. Klasse extrem von meinen Mitschülern unterschieden hat. Und zwar haben wir in Deutsch so einen starken Drang zu, wie war die Gliederung nochmal gekriegt? Muss ich da jetzt römisch groß, muss ich da jetzt römische Zahlen machen oder arabische Zahlen? Nein, Leute, das sind Äußerlichkeiten, das ist die Form. Die kann vielleicht bei manchen Lehrern wichtiger sein als bei anderen. Aber prinzipiell, versucht mal, die Deutschaufsätze nicht so zu gestalten, im Sinne von, oh, ich versuche das jetzt richtig zu machen, weil das gibt es nicht. Stell dir vor, du versuchst richtig gut zu singen und dann versuchst du dich so richtig verkrampft darauf zu konzentrieren, zur richtigen Sekunde die Lippen richtig zu bewegen. Das wird scheiße. Das wird scheiße. Sondern, wenn du singst, versuch einfach mal so gut zu singen, wie du das Gefühl hast, dass du so gut singst. Das ist dann vielleicht nicht sofort perfekt, aber es hat einen gewissen Sinn. Es hat einen Sinn dahinter. Und auch Deutschaufsätze haben einen Sinn dahinter. Auch wenn du sagst, das gibt der Gedichtsvergleich, gibt aber überhaupt keinen Sinn, die Interpretation. Doch, hat es. Und wenn es, zumindest in deinen Augen, das jeweilige Gedicht nicht hat, dann sollte es zumindest einen Aufsatz haben. Und zwar, überleg dir einfach mal, warum ist denn die Struktur so aufgebaut, wie sie aufgebaut ist? Die Gliederung, die uns der Lehrer gegeben hat, macht es in meinen Augen so Sinn? Also nicht nur, ah ja, okay, ich muss mir auswendig merken, an dem Punkt kommt das, da kommt die Einleitung, da kommt dann der Vergleich, dann das Argument, babam. So überleg doch wirklich mal, okay, warum ist das so aufgebaut? Sanduhrenprinzip bei der Argumentation und so weiter. Warum ist das so? Macht das so Sinn? Würde ich es vielleicht anders sehen? Boom. Und dann erfährst du nämlich auch eine viel höhere Kompetenz, ein viel höheres Verständnis von diesem ganzen Deutschthema, weil es nicht mehr ein, oh, ich muss es irgendwie richtig machen und dann versuche ich das und dann sagt der Lehrer aber trotzdem, dass es falsch ist, sondern du durchdenkst es und das fehlt den Allerader meisten. Viertens, du musst viele, viele Deutschaufsätze schreiben. Wenn du jetzt dachtest, ich kann dir in dem Video irgendwie die eine Metapher geben, wo immer wenn du die verwendest, bekommst du automatisch Wunschpunkte, nope, natürlich nicht. Wie bei allen Sachen, deswegen sage ich auch immer wieder Abiturathleten, das ist kein, bah, mach diese einen Trick und dann, bah, hast du extrem gute Noten, sondern es ist in der Schule immer, immer konstant. Es ist immer, ein immer weitergehender Marathonlauf. Da passiert jetzt einfach mal, boom. Deswegen, ich habe wirklich einige, einige Übungsaufsätze abgeben, bestimmt vor jeder Klausur, zwei, drei, vier vor dem Abi, glaube ich sogar. Manchmal auch nur einen, aber ich habe einfach gezeigt, hey, ich will mich verbessern. Weil was dann passiert, was dann passiert, ist, du holst auch wieder den Lehrer auf deine Seite, das ist super wichtig. Weil die meisten Leute, in Deutschland immer die Lehrer, weil es ja so subjektiv ist und unfair, sehen den Lehrer mal als Feind. Aber das ist doch Schwachsinn, wenn du versuchst, bei jemandem gute Noten zu bekommen, den du als Feind ziehst, es wird nicht funktionieren. Dabei ist doch der Lehrer genau derjenige, der dir weiterhelfen kann. Fünftens, verarbeite das Feedback des Lehrers. Das bedeutet, um eben das zu machen, brauchst du eben den vorherigen Schritt und zwar, dass du wirklich den Lehrer als einen Supporter mit ins Boot holst, dass du wirklich sagst, hey, ich will mich verbessern. Und dann, wenn du dann die Übungsaufsätze auch wirklich abgibst, dann gib dem nicht nur ab und sag, Leo hat gesagt, ich soll drei Übungsaufsätze pro Klausur schreiben, dann werde ich 50 Punkte schreiben. Du musst ja noch ernsthaft mit dem Lehrer durchgehen und nicht nur das hören, was er sagt, sondern das auch aufschreiben, vielleicht nochmal komprimiert auf einen Zettel und das dann direkt in deinen nächsten Übungsaufsatz integrieren. Weil nur so werden wir besser. Wenn du, du musst einfach was machen, dir von jemandem, der eine Ahnung hat oder eben von dem hin, der dich bewertetet, dir das Feedback einholen und das dann direkt besser machen. Weil dann wird es wirklich automatisch und du wirst dich in allen Aspekten verbessern. Ob das Rechtschreibung, Form, Aufbau, Verständnis, Interpretation. Egal. Du wirst dich verbessern, weil der Lehrer dir genau deine Schwachstellen aufzeigt. Und jetzt eben das Geile. Wenn du so intensiv mit dem Lehrer zusammenarbeitest, wird dadurch, dass du dir das Feedback von ihm holst, dein ganzer Schreibstil und alles, wie du es im Prinzip machst, immer mehr in seine Richtung gehen. Und dann ist nämlich der Punkt, den alle immer so kritisieren, Deutsch ist so subjektiv, dir voll in die Karten spielen. Weil du eben nicht mehr so groß darüber Gedanken machst, oh, muss ich jetzt alles richtig machen, sondern du machst am Anfang so wie du denkst, gibst immer mehr ab und dann ist quasi die Sache so wie du es für sinnvoll erachtest, quasi so als Grundkonstrukt und der Lehrer tunet dann immer noch so die Sachen so hin, wie er das auch gerne hätte. Und im Prinzip wirst du so, was du innerlich verstanden hast, sehr Gutes rausbringen, was dann eben auch noch automatisch, weil du es so gewohnt bist und das Feedback eingearbeitet hast, was dem Lehrer entspricht. Und dann wirst du garantiert, garantiert sehr gute Noten bekommen. Es gibt keine Garantie, dass du immer von mir zu Punkten bekommst. Aber wenn du das machst, dann wird es wirklich extrem, extrem gut. Deswegen hört auf, euch da irgendeinen Schwachsinn einzureden. Denkt dran, ich glaube an dich, vor allem wenn es darum geht, in Deutsch besser zu werden. Ich habe es selbst nicht gedacht, ich habe es mir aber dann vorgenommen, habe gesagt, ich ziehe es durch und habe es geschafft. Und deswegen, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.